Sie halten die Initiativen für unnötig. Massentierhaltung in der Schweiz gäbe es gar nicht. Ich verurteile die Bauern nicht, sondern unser Gesetz, dass so etwas erlaubt ist. KZ-Haltung in der heutigen Zeit. Ändern wir das mit einem Jahr am 25. September. Für mich ist es einfach klar, dass man mit den Tieren genauso umgeht, wie wir es als Menschen auch gerne hätten, in Würde. Sprich, man muss sie so halten, wie es eben dem Tier gerecht ist. Das heisst, genügend Platz rauskommen, auch im Stall, wirklich rumlaufen und nicht zusammengefercht, übermestet, wie das jetzt leider auf gewissen Bauernhofen der Fall ist. Für alles gibt es Subventionen. Aber zum Sauerstell umbauen in Offentierhaltung? Für das ist das Geld nicht da. Das tut mir weh im Herz. worets? Ja jetzt. Vielen Dank.